Helion ist der Energiewendemacher. Wir bauen die 100% erneuerbare Schweiz. Vor rund 15 Jahren, 2008, haben Samy Bär und ich, mein heutiger Geschäftspartner, Helion vergründen. Wir sind heute rund 550 Leute und arbeiten in vier Bereichen in der Photovoltaik, in der Wärmepumpe, in der Batteriespeichertechnik und in der Ladelösung für Elektroautos. Wir bauen vom Privatkund bis zum Geschäftkund das Gebäude so um, dass es fit ist für die Energiezukunft, dass es bereit ist, etwas gegen die Energiewende zu machen. Vor dem 2022, vor unserem Projekt, war IT ein Desaster. Wir hatten immer wieder gerne dieselben IT-Probleme. Wir hatten alte Systeme, nicht gewartete Systeme, nicht agile Systeme. Bevor wir Eye Solutions als Partner hatten, waren wir in der täglichen Arbeit sehr stark eingeschränkt. Mit entsprechender sehr, sehr negativer Kundenzufriedenheit. Wir hatten einen extrem hohen Zeitdruck. Wir haben innerhalb von drei Monaten das Projekt abschliessen. Das heisst, ich habe sicherlich zwei, drei Provider angeschaut, aber habe dann einen gewählt, wo die Kultur und die Vision sehr, sehr nahe waren, als wir den Hosenlupf überhaupt geschafft haben in dieser Zeit. Den Erfolg dieses Projekts kann man für mich in drei Punkte zusammenfassen. Als ersten Punkt habe ich im Hintergrund Microsoft-Technologie, die es uns überhaupt ermöglicht, einen Abstandplatz aufzubauen und auch die Kernapplikationen in die Azure Cloud zu migrieren. Der zweite Punkt und ganz, ganz, ganz ein wesentlicher Punkt ist für mir, dass Top-Management von Anfang an von Helion mit dabei war und die ganze Sache mitgebracht hat und wirklich dafür gebrannt hat, um coole Sachen umzusetzen. Und der dritte Punkt ist, ich selbstverständlich auch, dass ich ein Team hinten dran habe, das wirklich extra Meilen gegangen ist, das jederzeit mehr Einsatz gab als gefordert und am Schluss die ganze Sache umsetzen konnte. Wir haben die einmalige Chance genutzt, unsere IT von Grund auf komplett neu aufzustellen. Wir haben auf Managed Services gesetzt, beispielsweise den Workplace. Wir haben unsere Applikationen in die Azure Cloud gebracht und wir haben mittels Managed Services komplett alles ausgelagert. Der Nutzer ist ganz klar, also wir können wieder effizient arbeiten. Wir müssen uns nicht mehr den ganzen Tag mit irgendwelchen IT-Problemen rumschlagen. Wir haben eine topmoderne Umgebung bei sehr moderaten Kosten. Wenn wir mal ein Problem haben, sei es allgemein mit der IT oder Telefonie, dann können wir ein Ticket machen bei iSolutions und dann wird sehr schnell nach einer Lösung gesucht. Wir haben wirklich begeisterte Mitarbeitende und für uns als Betrieberteam Peace of Mind, weil wir uns nicht mehr über den Betrieb kümmern müssen.